Es ist Herbst und heute draußen auch richtiges November-Schmuddelwetter. Das war vor einigen Tagen, Ende Oktober allerdings noch ganz anders. Strahlend blauer Himmel und noch richtig warm. Also ideale Rahmenbedingungen für ein Herbstshooting mit Blätter, beziehungsweise mit Blätterwerfeln. Ja, das war aber dann letztendlich doch nicht so einfach. Die Tücke lag da tatsächlich im Detail und letztendlich musste dann mit Photoshop etwas nachgeholfen werden. Aber seht selbst. Ja, unglaublich. Ende Oktober und hier, man sieht es, T-Shirt-Wetter. Es sind 20 Grad. Eigentlich ja jetzt ideales Wetter, um ein bisschen FPV-Drohne zu fliegen oder mit den zackerschleuten Flugzeugen ein paar Runden am Himmel zu drehen. Wenn nicht, wenn nicht mein Model Nicole und ich ja praktisch zeitgleich die coole Idee gehabt hätten, Mensch, das Wetter müssen wir doch für ein Herbstshooting nutzen. Und machen wir doch jetzt, ne? Ja. Und wir haben uns überlegt, mal so Blätter zu werfen und das zu fotografieren und mal schauen, ob das nachher auch gut wird. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Oder hast du noch eine Idee? Ein bisschen so im Laub rumspielen. Im Laub rumspielen. Oder ein bisschen entblättern. Genau, genau. Genau, also wir shooten jetzt und die Ergebnisse seht ihr dann ebenfalls in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal. Also, auf geht's. So sollte also unser finales Laub-in-die-Luft-werfen-Foto ausschauen. Doch, wie so häufig im Leben, einfacher gedacht als getan. Denn das Problem war eindeutig der, ja, schon fotografische Part. Kamera auf Serienbild, kurze Verschlusszeit, so weit, so gut. Aber natürlich fiel das Laub nicht so, dass es im Bild gut aussah. Und wir hatten unzählige Versuche. Bei den meisten Bildern war das Laub dann vor Nicoles Gesicht oder hing irgendwie unmotiviert in der Luft. Und zudem sah man immer Nicoles grauen Buddy, den sie unter ihrer zugegeben kurzen, aber schicken Teddy-Jacke trug. Ja, und da kommt natürlich Photoshop mit ins Spiel. Denn damit mache ich mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Und dazu habe ich mir ein Foto aus dem Shooting ausgewählt, das soweit von den Blättern schon mal ganz gut war. Die sind schön hier im Vordergrund verteilt. Leider ist die obere Bildhälfte recht leer. Aber als Grundlage war dieses Foto eben ideal. Im ersten Schritt habe ich nun hier hier mal etwas die Hose hochgezogen, damit man den grauen Body nicht mehr sieht. Dann hatte ich auf einem anderen Foto einen meiner Meinung nach schöneren Gesichtsausdruck von Nicole entdeckt. Hier lacht sie mehr, hier strahlt sie mehr. Ja, also basteln wir doch diesen Kopf auf das andere Foto. Da war die Hose. Moment, ich muss hier drauf gehen. Und schon schaut unser Model doch viel freundlicher. Das ist vorher und so sieht es retuschiert mit dem anderen Kopf aus. Jetzt fehlten mir nur noch Blätter in der oberen Bildhälfte. Die ist noch etwas leer. Also habe ich mir ein Bild geschnappt, in dem die Blätter über Nicoles Kopf wunderbar in der Luft schweben. Wir maskieren entsprechend den Rest aus und so sieht es doch dann schon viel belebter aus. Noch etwas Laub in den Vordergrund. Und last but not least kommt noch ein Farblook aufs Bild, damit es noch etwas herbstlicher ausschaut. Ja, und wenn ich mir die Aufnahme ansehe, dann entspricht die nun auch meiner Vorstellung, meiner Idee, die ich vor dem Shooting von diesem Bild hatte. Und derjenige, der nicht weiß, dass hier retuschiert wurde, dem wird das auch letztendlich nicht auffallen. Also wie immer, glaube nur dem Foto, das du selbst gefakt hast. So, Herbst-Shooting beendet. Ich glaube, es sind ein paar gute Schüsse dabei gewesen. Und wir packen jetzt hier unseren ganzen Krempel zusammen. Und dann geht es an den Rechner, weil ein ganz klein bisschen Photoshop gehört natürlich auch noch dazu, um das Ganze zu finalisieren. Die Ergebnisse demnächst hier. So, ich glaube, es gibt die ganzen Teulen auch noch nie. Vielen Dank.